Antike Flipflops, weißes Kleid, ein Bart und langes Haar. Jesus in 1LIFE Jesus ist, also ich bin wieder da. Jesus? Mein lieber Sohn, wie läuft's denn? Ach Papa, supi, alles supi auf der Erde. Die Menschen sind eitel, sie besuchen Fitnesstempel, sie tanzen Zumba ums goldene Kalb und pumpen, pumpen, pumpen. Herrgott, jetzt lass mich doch mal machen. Ich bin jetzt hier gerade eh bei so einem Fitnesstempel. Ich guck da mal rein. Joey! Wie sieht der denn aus? Der hat Haare wie eine Frau. Der ist ja gar nicht mein Typ, ne? So einer? Schalömmchen! Schrei nicht so rum. Ich bin dein Personal Trainer. Und ich bin dein Personal Jesus. Ja, geh mal Fettwagen. Okay. Geil, 0% Fett. Wie alt bist du? 2013 Jahre. Ist nie zu spät, Alter. Hattest du mal Probleme oder was? Ich hatte mal was am Kreuz. Scheiße. Darfst du nicht aufs Ruder gerät? Boote waren eh nie mein Ding. Ich mach das lieber zu Fuß. Als ich eins... Na, laberababer, du musst unterschreiben. Zwei Jahre Mitgliedschaft, 126.000 Euro. Gibt auch Begrüßungshandtuch. Gut. Du kannst auch Pilatus machen. Ne, Pilatus hab ich schlechte Erfahrungen mit. Bruder, was bedrückt dich? Geh weg! Ich muss Oberarme! Dann tröste ich dich mit einem kleinen Lied. Äh, nein! Ob Oberarm, ob Oberreich, Vereine sind doch alle gleich. Ob Kirche oder Krafttraining, jeder zahlt und geht nicht hin. Hau ab, wie du schon aus bist! Ich erbreche mich bald! Das ist ja ein Süßer. Abscheulig! Jesus in 1Live